und damit haben wir uns liebe leute willkommen zurück zu einem weiteren ründchen von titanfall 2 im zweiten stream ich habe das mal gedacht wollen wir die ganze multiplayer trophies bevor wir daher weitermachen mit der kampagne aber wo kampagne hier sieht man es mal mit der mission wählen das haben wir schon abgeschlossen auf meister deswegen was auch immer steht nichts dran keine ahnung ob es normal ist eigentlich habe ich sehr umgestellt auf meister müssen wir mal schauen jetzt muss ich das halt noch mal wiederholen aber hier sind die ganze missionen da sind wir momentan dabei 4 von 6 collectibles hammer und ja da kommen noch zwei weitere hier oben und dann noch mal vier hier unten und dann war es satt ja von dem her mal schauen wie war aber jetzt machen wir gerade was für die multiplayer wenn wir was ein geschenk okay so dann machen wir gerade dass wir die drei trophies dieser da nur gibt für multiplayer ja ja na ja und dann halt wieder eine kampagne das ja der rest auch noch richtung platin geht so networks eingang ich öffne northbound bt banner jawohl russia to go die hier nette network der travest germany eingeladen diesem network beitreten happy hour beginnt in zwei stunden fling freier mitspieler so nah ist aber die trophy schon mal für netzwerk beitreten anpassen halten anpassen halten mal bei nahern ist ja wurscht okay 25 können wir gar nicht ändern ein stufe 6 7 ein stormchip so damit ist ja auch noch hier ersichern und laden dach fisch genau passt so spiele ein spiel suchen glitsch eigentlich müsst ihr das nehmen glitsch 24 7 naja passt schon ok so ich muss jetzt nur noch ein match gewinnen dann machst du es ja alles mit den multiplayer trophies aber dem herr dach resney so mal wieder das hier vorne einstellen ja so dann schauen wir mal ach ja und ich bin natürlich auch schwach geworden hier mit dem da na battlefront 2 muss ich mir jetzt doch unterladen mei tassel row geschätzt wartet sie jetzt 32 sekunden jo ne denn das da ist neu ok spicy boy hm ah verbindung mit match wird hergestellt läuft so jetzt hoffe ich mal gleich dass ich im gewinnerteam bin weil ich glaube nicht dass ich jetzt also viel reißen werde hier hehehehe da wäre ich sowas von zerlegt aber gut ich nehme mal so ein zwei drei meshes maximales sollte ich ja mal einmal gewinnen hoffe ich muss ich mich nur umgewöhnen von star wars etc auf titanfall ach nein nicht wieder einer mit dings an hallo doch mit hier hat ja die woche dann wir uns heute das ja oder unseren quatsch da da hallo austens aussieht zwec Okay. Oh wow. Okay, krass. Gut, dass ich die Möwe überhaupt null kenne, logischerweise. Naja. Ah, nice. Die mal, die mal. Aua. Aua. Hm. Hauptsache es gibt Punkte, oder wie heißt das nochmal? Hup. Hm. Okay. Ich sehe keinen mehr. Hi. Hi. Au. Ja. Ja. Dann ist heute aber sie. Hä? Ja. Ja. Ja, Verluste. Feind einer mit mehr an sich. Achtung. Da kommen sie. Feuer frei. Schade. Was? Ja, ja. Toll. Der ist schon wieder. na wow ja genau aber ich sagte ich will jetzt schon weil ich es kann ich habe keine ahnung was das an soll So. Alter. Alter, Vater ist das geil. Ah, fuck you. Ei, 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 ei. Geil. Kannst du auch verlieren, aber die Runde ist geil. Huch. Mauer. Oh, zapft es. Hä? Ah. Ja, na, Lara und vielen Dank dir. Na? Ha, 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 ha. Ah, keiner. Endlich habe ich die Namen erwischt. Was ist denn das? Ah. Wow. Na, toll. Na, einander. Mal? Ich bin nicht wahnsinn. Wir fahren zurück. Reißt euch zusammen, Leute. Ja, ja. Ich werde Mühe verlieren. Ich muss doch durch, ja? Ja. Ja. Oh, shit. Okay, krass. Ja. Ist ja die Frage, ob ich dann morgen überhaupt den krieg, ne? Weil, äh... Ich sehe mal fast hier nicht, weil da brauchst du ja vier Mann irgendwie komplett. Oder so. Und rein da. Ja. 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 alles egal er muss ich was einer können sie auf der Kopf und sowas hier gewaltig viel abschneiden weil das hier so wie sich geiler mit den Titans oh die Sau ja was war auf Dienstag kommt zu Bayern oh man ja 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 so ja 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 ab Nein Nein Boah Alter Vater Gehts jetzt Zero Sehr Nice Ding mal 8 Gehts jetzt mal 8 Ich war gar nicht mal so schlecht Nur Vorletzter Naja immerhin Elite Squad Mitglied Oh Oh Geil Überkehren Aha Jo Klingt gut Mal Mal Halten Mal Halten Hey Na dann Legion Die Wumme Die Wumme Zerstörung der Frontlinie Hä Der dauert wieder Musste nur einmal gewinnen Kann nicht so schwer sein Spiele Spieler werden gesucht Also Also die Boosts hier Ticks Piloten Abwehrgeschütz Okay Der ist auch nicht schlecht aufgelistet hier Fenigbrecher Männlich Männlich Werkszustand Männlich Werkszustand Okay Tarnung Mm Yeah Yeah Now So. Judas, wenn es jetzt länger dauert uns heute in zwei Minuten für das nächste Match hier, dann datteln wir lieber hier die Kampagne weiter. Wow. Ich brauche nur ein Online-Trophy noch einmal gewinnen. Gibt es nicht im Store. Eigentlich wurde ich lieber gut. Hui. Ja, das ist super. So 20,49 Euro. Und jetzt sogar noch 35% reduziert. Kann man machen. Wow. Okay. Ja, aber echt nur kosmetisch. Wer kauft denn sowas? Okay, die Frischaltung für die Titans. Na gut. Schnell start, Pack. Pff. Ja. Ah. Bruderzeit. So. Toll, wieder eine Map, die ich nicht kenne. Kann ja nur besser werden. Rennys Kapsel wird aktiviert. Aha. Okay, Piloten. Bringen wir es hinter uns. Na toll. Äh. 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 Autsch. Oh wow, okay. Ja. Dann wird sie jetzt wohl immer wieder, oder? Hehehe. Ah! Hüpp! Hm. Hm. Ah! Sound. Da steht immer noch da rum. Na, tolle Wurst. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Hm. hmmm oh ja, woher kommen die da von innen ja, da verlieren wir ja noch mehr wow oh 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 Da ist wohl nix hier So Da stehen wohl Fisch Die Titanfall wird vorbereitet Weiter zu feuern Die Titan ist bereit, die Lose Sie müssen ihn nur noch rufen Bereit machen für Titanfall So Wow Ne, da ist nix der Fisch Das wird sowas von nichts Leider hat er noch einen nervösen Abzug Ha, 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 ha Ja, da ist nix der Fisch Das ist nix der Fisch Ja, da 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 ist nix der Fisch Aha Bereit machen für Titanfall Ja, da ist nix der Fisch So Ja, da ist nix der Fisch Ja, da ist nix der Fisch Owl Owl Ja, da ist nix der Fisch Ja, da ist nix der Fisch na思 der Fisch Ja, da ist nix der Fisch Ja, da ist nix der Fisch Ja, da ist nix der Fisch Und er hat nix der Fisch Ja, da ist nix der Fisch Ja, da ist nix der Fisch kann natürlich Aber sie haben gewonnen Hm-hm-hm-hm. Wär klar. Okay. Hey, wieder nicht letzter. Läuft. Alter Vater. Toll, es war komplett gegnerische Clan. Oder Netzwerk. Okay. Oh, das ist lustig. Nuklear-Ausstieg. Äh. Aber ich könnte, was wir denn jetzt fischen? Das wird nichts. Könnte ich wetten. Hm. Ah, nein. So, jetzt aber. Das muss doch mal klappen. Happy Hour. Hehehe. In nem Shooter Happy Hour. Ah, so wird gestartet. Nein. Toll. Äh. Ja, glaub ich auch. Weil, kann man sagt bestimmt eh auch wieder nein. Weil, wird mich zumindest was anderes stark wundern. Weil, na. Groß da ist ja nicht mehr. Von dem her. Ja. Habe ich das wahrscheinlich erledigt. Gut, ja, naja. Die wär da dabei. Tja. Dann wären wir zu dritt. Okay, sorry. Vielleicht noch. Dann wären wir grad zu sofort. Tja. Ob sich dat lohnt. Blackwater Kenner. Hm, okay. So, bitte lass mich mal zumindest hier in dem, im Siegerteam kurz mal drin sein. Reicht mir ja schon. Sonst bis ich's hinkrieg mit den Schuhe 50 oder so. Ein Mutiflayer ist geil. Für die auf jeden Fall schon mal besser wie CODs. Upp. Passt. C-1 Saal. Fahrstuhl. G-4 Fahrstuhl. Dänen, zählen. G-4 F-3 F-4 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 F-5 F-01 F-2 F-4 F-5 Na toll. Alter, unsichtbar schießen wir lieber mal drauf. Au. Ach, ja, lol. Der selbt nämlich an ein Messer. Ah, Penner. Mit der Schnipper, die Sau. Hier ist Misskontakt. Ich wollte es mit ihr hier treiben. Verbündet hat Heiden, Kampf ist bereit. Was ist denn los, da? Geh den Piloten, hier. Weiter, Captain. Ihr Heiden ist bald einsatzbereit. Ja, puh. Hä? Ach, moa. Ja, pff. Wäre ich jetzt auch nicht, ob das groß was wird. So. Oh, wie geht's? Die Titan ist bereit. Sie müssen ihn nur noch rufen. Bereit machen für Titanfall. So. So, jetzt reicht's mal. Okay, machst du den Fisch? Äh, ja vollkommen lustig aus gar nicht wollen. Nein! Nein! Ah, heh heh heh, vorzuladen kill. Okay. 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 Ja, bisher schaut es ja gar nicht mal so schlecht aus. Äh. Jetzt halten wir es bereit! Wir müssen hier weg! Halt! Halt! Bereit machen für Titanfall! So! 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 Höhöhöhö Moins bin da Ha 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 Ich liebe den Laser Höhöhö Mööö Mein Pilot ist ausgestiegen. Klein-Titon eliminiert. Scheide die Tizen aus! Feuer! Feuer! Geht. Aatdolze weg. Wo-tsi- Aatdolze weg. Wo-tsi- Aatdolze weg! Ow-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo. Ist glaube ich aus dem Bord, Holger. Leider ist ja mal richtig geil. Oh. Hüpp. Ja, shit. Geht's jetzt blind da? Leider vorrücken! Na gut, das war's ja wahrscheinlich jetzt hier. Mit dem Multiplayer in meinem Fall. Weil das sollte man jetzt wohl noch gewinnen, ja? So geht das. Ich muss, ich hab ein starkes Team. Die in die Gegner fallen. Ah ja. Flink, so beginnt das. Da ist die Trophy. Sehr schön, ne? Gut, da die Runde machen wir trotzdem noch zu Ende. Au. Nice, nice, nice. Oh, mit dem Multiplayer durch, ne? Jo, danke, Fisch. Sehr nice. Also wenn ich halt zu zweit oder zu dritt oder sowas hier dann im Team da lerne, dann wäre das Spiel richtig geil. Da finde ich auch, ja, dann bin ich auch wieder draußen besser wie, oh guck mal, drittletzter sogar nur. Äh, ja. Besser wie CODs. Wobei ja da die Spezialfähigkeit einmal so ähnlich ist, aber so Titans ist natürlich nochmal ne Klasse krasser. Guck mal hier an. Duel 4. Toll. Äh, ne? Ja, wenn. So. Das war das. Ähm. Ja, hier könnt ihr schon mal weitergehen, dass ihr schon mal lädt. Aber, bevor wir jetzt Kampagne weiterdatteln, mach ich ganz kleines Päuschen rein. Na, weil es ist ja das Roundabout. Eine gute Stunde. Ja, und dann ziehen wir die Kampagne weiter durch. Von dem her, bis gleich. Ingooder. Ja, und dann ziehen wir die Kampagne weiter. Vielen Dank. 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 Oh. 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 Sie müssen aufpassen, Pilot. Warum? Du auch, BT. Wo steckst du? Ich folge dem Schlammstrom. Die Strömung ist stark. Das deutet auf einen Ausgang hin. Rücken Sie weiter vor. Hier ist wieder noch einer. Okay. Okay. Okay, da wo ich dann eh hin muss, alle klar. Pilot, unsere Wege werden sich in Kürze kreuzen. Vermisst du mich schon? Mit Verlaub, warum sollte ich sie vermissen, Pilot Cooper? Vergiss es. Nice. Warum sollte ich sie vermissen? Ist das geil. Ah, da ist er. Hi. Oh. Tach Sebi. Ah, da hinten. Okay. Boah, au. Ne, morgen. Morgen ist der Ritter. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wie Sniper, hast du? Wie Sniper, hast du? Huh. Okay. Ja, Sebi, das können wir morgen. Morgen wird 20.30 Uhr gar nicht machen. Weil da brauchst du eh vier Mann, ne? Sonst lässt sich der Rake gar nicht starten. Okay. Schick die Tics rein! Oh, ja, ne, go, go! Na? Oh nein. Überlebe jetzt scheiße. Nicht Tics. Alter! Wie schwer kann das sein? Schieß einfach! Mit der Kampfzone meines Piloten blind zu feuern, verstößt gegen Protokoll 3. Hä? Das soll einfach schießen. Das passt schon. Oh, wir müssen sie eigentlich ganz gut sehen, ne? Oh, wir müssen sie eigentlich ganz gut sehen, ne? Okay. Die laufen also auch andere Wand entlang. Toll. Da! Wow, warst du ein Respawn. Oh, Mama. Hi! Nein, nein. Hä? 行, hörst du bis dahin. Jawohl, hörst du bis dahin. Ooooooo Shit Ah Oh Gott. Natürlich explodieren wir nicht instant. Diese scheiß Viecher. Äh. Hi. 50% grad mal. Meintest du das eigentlich, Olga? Wie ist das Event hier? Ah. Oh Mama. Pumpenabschaltsequenz 80%. Äh. Pumpenabschaltsequenz 90%. Scheiß, das ist scheiß Ding, aber ich brauche mal ein Titan. Hä? Ah, hier ist es glaube ich ganz gut, ja. Pumpenabschaltsequenz, werden abgeschlossen. Sichtkontakt wieder hergestellt. Leiste Unterstützungsfeuer. Unmittelbare Gefahr. Joa, mach mal. Alter, das ist immer noch schießend. Sie haben sich gut geschlagen. Okay. Ich habe alles für Ihre Afte notiert. Ausgang auf dieser Seite identifiziert. Hier entlang. Äh. Äh. Ah. Hi. Ach, Gott sei Dank. Pilotenmodus aktiv. Äh. Protokoll 2. Mission fortsetzen. Ich habe Befehl speziell Einsatz 217 abzuschließen und zu Major Anderson von der SRS zu stoßen. Mr. Anderson. Ja, bei mir kommen ja auch Soldaten, Holger. Na, nur ich bin halt effektiver. Näh. Näh. Sieh an, noch sollen möchte ein Held. Mit einem SRS-Titan der Vanguard-Klasse. Ja, du gefällst mir. Kommst mit dem Essen zu einer Messerstecher. Die Partikern losgehen, Grünschnabel. Äh. Ich komme da auch von rechts. Schweinerei. Die Partikern losgehen, Grünschnabel. Halten Sie sich von Keynes Vermietungsstätten fern. Sie sind gefährlich. Ich war mich schon so auf den Seiten, Grünschnabel. Die Partikern losgehen, Grünschnabel. Sie sind gefährlich. Die Partikern losgehen, Grünschnabel. Die Partikern losgehen, Grünschnabel. Ich bin gefährlich. Sie sind gefährlich. Wie ist denn die Partikern losgehen? Dann, ist ihm bereit. Ja, gib's mehr. Komm schon, mach mich fertig. Kane hat keine Angst vor dem Tod. So leicht kriegst du mich nicht, Knobel. Komm schon, gib's mehr. Nein. 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 Boah. Hui. Gute Arbeit, Pilot. Cain's Helm vom Gerät ist noch intakt, Pilot. Wir sollten es bergen. Hüpp. Fling, total verfolgt. Nice. Nice. Cain. Cain, unsere Bordentruppen sind erledigt. Welche Fisch? Welche Fisch? Verstanden. Ich hab hier drei Gefangene. Was soll ich mit denen machen? Äh, töten Sie sie. Nein, nicht. Ben unterwegs. Slow down. Die Entschlüsselung der feindlichen Kommunikation hat in der Militärgeschichte eine lange Tradition. Das kommt uns zugute. Um zu überleben, müssen wir in Bewegung bleiben. Das ist sehr geil. Mach mal schneller, sagt er da. Ja. Auf den Parcours bin ich ja mal gespannt. Und immer noch kein Platino, du warst, Holger. Schäm dich. Major Anderson hat diesen Weg genommen. Das könnte eine Abkürzung zum Treffpunkt sein. Wir sollten weiter. Pilotensteuerung. Aufpassen. Was machen wir hier, BT? Wir müssen durch diese Anlage zum Treffpunkt mit Major Anderson vorrücken. Das ist die Handlung, um zu überleben. Was ist das hier? Dateizugriff. Unbekannt. Übergebe Steuerung an Piloten. Pling. Abseits aus. Was? Abseits. Ausgesehener Pfade. Boah. Aha. Ja, danke. Das ist ein bisschen, was in dem Fall gewesen sei, für 10. Ähm. Hier, 10. Helme. Ähm. Ähm. Hm? Ach, doch da. Okay. Okay. Bast. Ups. Ich glaube, da ging es runter. Steuerung geht am Piloten. Hä? Scorch. Ash. Hier ist Ash. Was gibt es? Nein, antwortet nicht. Ich denke, unser Milizpilot spielt den Helden. Er kommt vermutlich in deine Richtung. Fehlte ihn. Verstanden. Ash out. Ash? Wer ist Blisk? Er ist ein gesuchter Verbrecher in diensten der IMC. YMCA. Okay. Cool. Tannenbäume. Fast. Heih. 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 Weih. 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 Spitz. Oh, okay. Toll, gerade zurück wäre wahrscheinlich effektiver. Mist. Nee. Oh, hört auf. Attacchiere feindliche Infanterie. Ach, der ist stille Sau hier rum. Toll. Hä? Äh. Äh. Toll. Hm. Nope. Das ist gar nicht mal so einfach da hochzukommen. Ja, der ist super. Mein Gott. Huh. Geht doch. Attaquiere feindliche Infanterie. Easy. Pass für den Streit. Pilotensteuerung. So. Okay. Ups. Hä? War da ein Aufzug oder sowas. Oh. Ja. Oh. was heute meint es ist ja immer noch hier ja meist auch was ja 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 Oh, das ist nicht gut. Was? Scheiße. Geil, steigst du ein, wupp. Ist ja kaputt. Schießen ist eine Sache, töten eine andere. Geil, steigst du ein, wupp. Geil, steigst du ein, wupp. Nicht wegreiten. Die Zeit der Vanguard-Klasse gesichert. Greif an! Warnung! Warnung! Ich möchte ein Gebet-Pilot-Seifensystem aktiv! Uh! Gute Arbeit, Pilot! Ihre Fähigkeiten werden immer besser! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Rüpp! Pilot-Modus aktiv! Einmal Geht-Gall! Amiri! Attackiere feindliche Infanterie! Heuh! Die Vergeben Steuern der Piloten! Amiri! Der Die Verjuste! Werden Sie Buchen! Was sind sie? Die Brut. Der Lastenaufzug dieser Verladebucht ist eine Abkürzung durch die Anlage. Sie finden das Bedienfeld über ihr Hut. Gute Idee. Danke, Pilot. So. Nur die Frage, die komme ich jetzt auch wieder hoch. Ich komme ja gleich wieder. Ich muss ja nur noch ein Helmchen einsammeln. So. Achso. So, das müsste eigentlich passen, ne? Ja, hier sind ja nur vier. Nein. Nice. Lastenaufzug aktiviert. Äh. 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 Okay. Das ist ja blöd. Ich klau mir meinen Titan. Äh. Toll. Jetzt haben wir die einmal kurz mal wieder und dann kommt sowas. Äh. Und da sagten sie die Storys. Ja. So ein, zwei Leute vorher bei Discord. Die Storys, oh na ja. Oder, keine Ahnung. Hehehe. Ah, schlecht. Ist die nett? Weiter. So ein, drei Leute. So. Was ist das? Sir. Ah, okay. Ah, das was wird. Schau mal, ob ich das nicht kriege. Nein. So. Ah, nochmal ein Brechtstück. Hier. Hüpp. Hüpp. Pilot, in dieser Anlage findet es von IMC Infanteristen. Seien Sie vorsichtig. Scheiße, das ist doch für Mars, nicht so ordentlich wie mit Infanterist. Oh! Die Polarkurbe! Oh! Oh! Hier ist Aish. Ich habe einen Teil der Wettbewerbs. Flink! Was hören Sie abgezogen? Ist mir scheißegal, zerstöre ihn. Was ist mit ihm zu tun? Ist mir scheißegal, zerstöre ihn. Und wir haben uns bereitens. Diese Station wurde zum Töten gebaut. Ich bin sicher, das kann ich mir zu Nutzer machen. Aish, du bist hier nicht auf dem Spielplatz. Ich bezahle dich nicht fürs Mitdenken. Zerstöre den Laden, wenn es sein muss. Verstanden? BlizzCon! Pilot, ich bin in einer Montagestraße. Vielleicht gibt es einen Ausgang. Ich empfehle, Sie folgen den Plattformen. Diese Anlage ist extrem gefährlich. Passen Sie auf, dass Sie auf dem Fließband nicht zerquetscht werden. Ja, das stimmt wohl. Da haste recht. Tarnung ist nützlich. Ach. Ich war überrascht, dass da so viele Gegner auf einmal sind. Ei, 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 ei. Hier läuft echt alles brutal flüssig. Das ist echt nice. So, jetzt nochmal. Ei. Boah, echt jetzt? Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh? Okay. Wow. 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 Hehehe, scheiße. Was? Vorher weißt du, dass ich Container suche? Ah, scheiß, Digga. Ah! Zerrissen, Arzen. Gute Idee. Der Drollpunkt ist schon mal gut. Gute Idee. Oh ja. Oh. 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 Was geht das da auf einmal hoch? Hehehe. Ja gut, sechle Fisch, ne? Bis moin, wenn du bist. Hehehe. Na gut, dann bleiben wir uns doch lieber hier. Hehehe, scheiße. Können die doch nicht machen so was. Sollen nicht. Hehehe. 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 So. Was? Hehehe. 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 schlimmer gewissen drecks geben schweinerei ja gut, das ist ja das ist ja sonderbullshit von denen gewesen schade ja klar ja da musst du auch aufpassen ein Hatter reicht dir trotzdem ja aus ja, dann bist du auch weg vom Fenster ich kann auch wissen, wo das denn theoretisch wäre okay okay alter kommt der echt um die Ecke okay Das war's für heute. Oh oh. Ja. Aiaiaiaia. Ness ist mir da. Na. Haus rein, schöne Damen die auch noch. Äh... Ich hätte aber schnell da ja vorrushen sollen. Guck doch mit seinem Kopf da, aber guck, guck. Na komm. Okay. So, next thing. Okay. Gut. Das ist Flatline. Was zum Teufel bauen die hier, BG? Unbekannt, aber ich bezweifle, dass die IMC Häuser fertigt. Die zerstört sie für gewöhnlich nur. Oh nein! Oh, fuck! Na toll! Na toll! Oh, what? Alter! Der kann mich doch da nicht mitten reinsetzen. Oh! 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 Oh. Oh! 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 Äh? Okay. Okay. Naht, Killer Ja, dann willkommen jetzt mal Sehr nice Naja, ist es aber auch nicht Ah, da hinten irgendwo, ne? Ah, ja, hier Da ist es dann Ah Oh, das muss ja denn das hier sein, ne? Hm, 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 hm Ja, genau Das war's, Holger Oh, ha Und rechts sind dann wohl auch noch welche Schätze ich mal Ja Ah, scheiße Aber die Kontrollpunkte sind wenigstens fair Das passt Wobei man manchmal auch denkt hier Hm, direkt am Gegner spawren Muss auch nicht so glücklich sein Oh ja Der Black Ops 3 war ja ein Graus Boom Fußroh da So, wo zur Hölle haben die jetzt hergeschossen Ah Ah Ja Boah Boah Oh Mann, ey Kommt die da nochmal her Das ist ja gemein Ein Kessel machen wir nicht Aber töte die Trottsehne Ich hab da was gesehen Augen auf Beheilung Degos, hier hab ich gar nicht gespielt Das weiß ich nicht. Ja, geil. Hinter dir spinnen vorne das scheiß explodierende Viech. Hm. Was ist das kleinste Rehübel? Ach, Mensch, ey. Aber töte die Traste. Beide in unserem Sektor. Faceline, haltet die Augen offen. Oh, es hilft ja auch noch. Wow. Okay. Naja. Krass. Der lebte noch. Oh, je. Oh, je. Jetzt ist dieser scheiß Roboter hinter mir. Ja. Ne, das bisher noch nicht, Holger. Nur jetzt gerade eben ja. Ich bin hinter mir, Roboter vor mir. Hm. Beißen wir explodieren? Ja. Geil. Na. Töte die Traste. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist ein kleines Päuschen, ne? Weil das bringt ja so nichts. Da oben der Roboter. Der ist ja immer woanders, ne? Guys. Töte die Traste. Du hast wirklich, was ist das? Ja. Hast du, was ist das? Genau das ist das. Wir sind da noch nicht, aber wir sind dabei. Weiß. Gäste. Wir haben hier mit unserem Sektor. Boah. Und wir. Wir sind da noch nicht, der wir haben. Wir haben hier, das ist der Luft. Wo ist er oben da? Hä? Ach nee. Okay. Never die. Wow, ach. So, in dem Fall, na, aus dem Fall hier wurde ich mal ein kleines Päuschen hier und dann, ja, dann, dann schaffen wir es aber. Hoffe ich. Ja, ganz kurze Pause hier. Wer ist wieder da. Vielen Dank. 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 Wow. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. Bye. Wow. 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 Ouch. Wow. 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 Ja, dann triggere ich da oben die anderen. Das ist eine super Idee. Ist ja nicht so, dass da oben hier jede Menge andere Gegner sind. Gerade die, die mich hat in der Nacht gebildet. Zum Beispiel. Ja, das legen wir jetzt auch hier, da hier, auf die Seite hier. Da gehe ich jetzt hoch. Oh, die leiden. Was? Wow. Ja gut, wenn dann die Spinnen kommen, ist das natürlich vorbei, ne? So willst du der Idee. Ah. Gut, dann doch anders. Dann killen wir uns mal die Spinnen und dann gehen wir auch. Dann killen wir uns mal. Wo ist die seine Kackroboter? Oder hatte ich den zufällig mit meiner Grenade gekillt? Das wäre natürlich nass. Hm. Okay, jetzt kommen sie. Huh. 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 Okay. Huh. Huh. wird alles so in dem Collectible. Na? Na? Waaah! Fuck! Ha! Gottrollpunkt! Läuft! Ach, Gott sei Dank! Easy! Ne Scheiße, ja! Ah! Was ist ja trotzdem hier zu der Hütte da hoch, oder? Moin Böschi! Ja, jetzt wieder ganz gut! Ah! 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 Fuuu! Ah! Das wollte ich jetzt gar nicht! Die Granate da wollte ich nicht! Aua! Machen! Ha! Die sind Rex-Roboter! Aiaiai! Kommt da einer um die Ecke hier! Was? Was war denn das gerade für ein Schuss? Wow. Was war denn das? Okay, das war das. Nah. So, kaboom. So. Oh ja. Das war knapp. Kommt da an der Außenwand angeflogen. Äh. 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 Aha. Alter, das war die Montagehalle. Äh. 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 guter Pilot läuft oh ne ja genau das was jetzt bald dann irgendwann ne Platin ist plus das andere Spiel was ich ne Platin haben genau so jetzt aber servus Maxi hat sich heute den Sprung gelungen ne cool die 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 Lade Szenario 127 in dynamischer Simulationskuppel 314. Licht aus. Cool. Okay. Ah, überlebe ich. Okay. Szenario 127 geladen. Szenario 127 geladen. Das war mal direkt ein Header. Ja. Okay. Nice. Initialisiere IMC Reaper Testprogramm. Reaper. Ja genau. Wenn sonst nichts ist. Ja wow. Die Taktik. Granat der Dauerfeuer. Oh nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Jetzt stammt der Penner da rüber. Die waren gerade eben schon Multiplayer-nervig. Oh nein, ich spinn. Ich spinn. Ja, wow. Ah, schade. Oh, der jetzt schon mal besser war wie der Rundervor. Oh, der weitere Szenario um weiteren Reaper. Spinnigens. Erweitere Szenario um weiteren Reaper. Oh, der erste Szenario. Die 1C sollte mir natürlich garten, dass ich die Effizienz des Lieferes steige. Ich soll es an der Hand sein. Da war gleich noch eine. Dieser Drecksdinger. Alles gewollt, das ist schon mal nice. Die 1C sollte mir wirklich dachten, dass ich die Effizienz des Lieferes steige. Oh, wow. Wie kann da eine Spinne hinter mir sein? Äh. Äh. Schade. Hätte jetzt auch klappen können. Die 1C sollte mir wirklich dachten, dass ich die Effizienz des Lieferes steige, dass ich die Effizienz des Lieferes steige, dass ich die Effizienz des Lieferes steige. Ich soll es an der Hand sein. Ich bewundere Ihre Behördlichkeit. Es wird Zeit, das Ganze zu beenden. Kappa 1, eliminieren Sie den Militskirchen. Angriffsverordnungsverteiter. Ich habe mir jetzt die Tür. Bereithalten, wir tun es. Hö. Ja. So wie dazu. Ich habe mir jetzt die Tür. Bereithalten für Zugriff. Ich lebe noch. Und du? Ich bin funktionsfähig, kann aber nicht fliehen. In der äußeren Wand ist eine Öffnung. Sie müssen da raus, solange es noch geht. Ich markiere die Öffnung auf Ihrem Hut. Ja, aber ja, klar. Gut. Okay. Ah, scheiße. Schade, schade, schade. Ey, was stehen denn da so viele Leute noch rum, was soll denn das? Die sollen doch rausrennen. Ja, kann man das jetzt so anders machen? Äh. 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 Oh, da gab's ja noch ein Granaten. Äh. 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 Vielen Dank.